hallo und herzlich willkommen zu diesem video in diesem video möchte ich auf die überarbeitung der norm bohrung beziehungsweise norm bearbeitung eingehen es war ja so dass die norm bearbeitung bisher 2024 in verschiedenen funktionen aufgeteilt war dies wurde jetzt in einer funktion gesammelt diese funktion kann natürlich über den ribbon oder mit der rechten maustaste ausgewählt werden ich starte hier die funktion und man sieht hier gleich am anfang dass man hier die form definieren kann bei den bohrungen habe ich natürlich die möglichkeit hier weil das auch so wie gewohnt auf den katalog zuzugreifen ich habe hier die möglichkeiten die bohrtiefe und den raster zu definieren ich möchte hier ein bisschen auf die raster definitionen eingehen als erstes muss ich natürlich wie gewohnt die bearbeitungsebene angeben was ich hier in diesem fall mache möchte eine bearbeitungsebene angeben und möchte hier im ersten schritt mit einer normalen bohrung beginnen ich setze hier den einfache punkt der bohrung weil er sich natürlich auch ab mit absoluten koordinaten oder mit relativen koordinaten definieren kann aber hier zum zeigen möchte ich einfach nur einen punkt fehlen dieser kann natürlich mit den parametermaßen jederzeit frei geändert werden in den nächsten überarbeitungen sieht man auch hier beim einbau sofort die raster funktionen auf welchen koordinaten ich mich befinde weiters werden dann auslassungen und alles mögliche hier weiter ergänzt in diesem fall möchte ich hier auch noch zeigen dass ich hier jederzeit durch die vorschau sehe was ich hier einbauen kann und auch jeweils zu den verschiedenen formen die verschiedenen optionen definieren kann im ersten schritt zum zeigen reicht mir jedoch die normale bohrung bei der einzelnen bohrung gibt es natürlich hier nicht sehr viele möglichkeiten deswegen möchte ich hier dies mit der mittleren maustaste übernehmen und möchte auf weitere optionen eingehen ich wechsle hier in diesem schritt den dialog auf eine lineare raster einbau und wenn ich hier mit der maus recht rüber fahre sehe ich sofort am teil in richtung der x-achse so wie es auch früher immer war wo meine aufteilung meiner bohrung sein soll ich will hier einen punkt und dieser wird mir hier übernommen als nächstes werde ich hier abgefragt einen anfangs und endpunkt für die aufteilung ich nehme hier ganz einfach eine kante des profils da ich dieses diese bearbeitung über das gesamte profil aufbau aufteilen möchte ich kann hier jederzeit die werte für anfangs und end abstand ändern und somit meine muster so wie ich diese benötige einstellen im nächsten schritt möchte ich hier auf das nächste bau teil eingehen und deswegen wechsle ich hier einfach dieses teil und bin befinde mich sofort auf dem nächsten teil ich könnte natürlich hier die bearbeitungsebene jederzeit ändern falls ich hier die möglichkeit habe oder benötige um hier meinen raster anders zu definieren wie man hier auch sieht habe ich die möglichkeit mit rand oder ohne rand diese bearbeitung jederzeit zu erzeugen das heißt ich habe die möglichkeit mit der enter taste einen einfache punkt zu definieren man sieht hier ich habe hier in jeder zeit oder jederzeit die möglichkeit auf verschiedene möglichkeiten dies einzustellen das heißt könnte hier als beispiel sagen möchte den gesamtabstand und dadurch ich eine größe weiß von einem profil von meiner aufteilung und ich würde sagen okay ich möchte hier zum beispiel 450 millimeter abstand haben und dasselbe möchte ich hier auch noch haben ich möchte hier verschiedene möglichkeiten haben wie ich meine anzahl definieren kann und kann dies hier jederzeit ändern man sieht hier dass ich natürlich viele verschiedene möglichkeiten habe dies zu definieren möchte natürlich hier auch auf den gesamtabstand wechseln und es einfach ein bisschen zu demonstrieren und wähle hier wiederum die mitte als einfache punkt so man sieht hier habe ich meinen raster definiert mit der mittleren maustaste beende ich diesen raster da ich dies jetzt auf das nächste blick erweitern möchte und wiederum mit der hintertaste hier die möglichkeit dies einzubauen in diesem fall möchte ich hier aber nur den rand einbauen und möchte hier dass diese bearbeitung nur am rand ist mittler maustaste beendet natürlich wiederum dieses möglichkeit oder diese möglichkeit in weiteren situationen ist es so dass ich hier in weiterer hinsicht auch einzelne bohrungen löschen erlöschen kann und somit komplett individuelle raster definitionen definieren kann im nächsten schritt möchte ich hier noch an diesen einmal den radialen raster zeigen welcher aus meiner sicht jetzt nicht so spektakulär ist das heißt ich gebe hier einen punkt an möchte hier natürlich wieder über den mittelpunkt ich kann meine durchmesser angeben wie groß mein durchmesser sein soll meine anzahl natürlich ein bisschen vertrieben das heißt noch mal 15 anfangswinkel endwinkel das heißt ich könnte hier natürlich auch die werte definieren wie ich meine aufteilung haben möchte möchte hier einfach mal auf 180 grad um es einfach zu zeigen wie einfach ich hier diese werte definieren könnte und der anfangswinkel soll auf null bleiben so jetzt habe ich leider versehentlich abgebrochen das heißt möchte ich hier im nächsten schritt auf die letzte option eingehen das heißt ich möchte hier ein radiales raster angeben dazu gebe ich hier eine bearbeitungsebene an dass ich so wie gewohnt könnte ich kann ich hier die zylinderfläche angeben und kann hier mein raster definieren habe meine zylinderfläche und sie auch sofort mit der vorschau wo soll meine bearbeitung hinkommen könnte hier jederzeit die anzahl der bohrungen ergänzen und habe sie habe somit hier ganz einfach meine bohrungen auf diese zylinderfläche definiert und auch eingebaut so schnell kann es gehen dass ich hier diese ganzen bearbeitungen definieren kann und auch jederzeit und einfach über das feature ändern kann